So, hier läuft diese Udo Jürgen Hammer-Geschichte und den haben wir heute auch live gesehen. Wir dürfen ähnliches Film aus Rechtes gründen, haben wir dem Volk gesagt. Aber, die Musik macht mich toll. Wir sind ja mal hier so. Wir haben noch das Lippen, weil wir sind befreundet. Jetzt wollen wir gucken, wo wir das Leben haben mit 66 Jahren. Da haben wir Spaß gemacht, aber ich bin noch nicht ganz 66. Noch nicht, aber bald.